Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Wow, eine Lederrückenschildkröte. Wusstest du, dass ihr Rücken wirklich aus Leder besteht? Deshalb kann sie ihren Kopf nicht näher im Panzer zurückziehen. Traurig irgendwie. Ich werde ein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. 200 Gold, immerhin. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Mach ruhig. Oho, du hast das neue Fischmoon für unsere Sammlung mitgebracht. Hm, ein Papageienfisch mit einem Helm und Hörnern. Die Leserschaft wird ausrasten. Ich bin gespannt, wie viele Exemplare der kommenden Ausgabe verkauft werden, wenn sie Montagmorgen erscheint. Wenn die Ausgabe herauskommt, bringe ich dir dein Honorar für deine Arbeit. Mach weiter so. Ähm, nun, wenn ich dafür bezahlt werde. Das könnte ein brauchbarer Wochenend-Leben-Verdienst sein. Ja. Mayonnaise, Bonus. Salz, Miso, Sesam, Samen. Wir werden sie alle wieder einsetzen. Und hier haben wir neue Bewerber. Hier ist der Service-Wert schon mal krass. Schau dir das Fischmoon, das du gerade gefangen hast, im Kodex an. In welchem Kodex denn hier? Am Grund. Nacht. Ja, er ist neu hier. Jetzt fehlt nur noch der hier. Ansonsten haben wir hier alles. Die Gletscher-Passage, da haben wir alle Fische. Die Gletscher-Zone. Mein lieber Herr, da ist auch wieder noch irgendein Gegner. Das sieht an einer sehr großen Quale aus. Ein paar Haie kommen hier offenbar auch noch. Hydrothermale Quellen? What? Irgendwie sehen die auch sehr gruselig aus. Göttlicher Baumkontrollraum. What the fuck? Was kommt da denn noch alles? Mitteltief. Glatter Hammer High. Oberfläche. Da fehlt immer noch der. Keine Ahnung, welcher das ist. Und hier fehlen auch noch ein paar andere. Der zum Beispiel. Der, das wird dieser Schafskopf sein. Und das ist dieser Wels. Aber keine Ahnung, wann die wirklich auftauchen. Hier ist noch so ein besonderer Hai. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Echo Watcher. 30. Nice. Erlege noch mehr Quallen. Ja, warum nicht? Ich habe nichts besseres zu tun. So. Auf zum Sushi. Diesmal mit einer vollen Schicht. Wir haben so viel bekommen, ne? So Personal. Wir wollen mal eben gucken. Billy, Pie, Davina, Carolina. So. Was kann der am Ende? Bekommt immer Trinkgeld. Räumt unordentliche Sitze schnell auf. Service 723. Servieren und kochen. Charme. Uiuiuiuiuiui. Charisma wird dauerhaft erhöht. Beschafft im Einsatz mehr Objekte. Erwerb und Charme ist bei der krass. Bekommt immer Trinkgeld. Bekommt immer Trinkgeld ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber ich weiß gerade noch nicht so. Ich weiß gerade noch nicht so. Wen hatten wir hier im Wartezimmer? Wer war denn von denen so gut? El Nino am Ende irgendwie, ne? Bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. So, denken wir über das Menü des heutigen Abends nach. Drescherhai. Das ist schon, ist schon ordentlich, ne? Riesenmaulhai. Stufe 9. Dann haben wir hier die Chimäre. Können wir auch mal aufwerten. Der Tigerhai. Auf die höchste Stufe. Können wir den auch aufwerten. Ja, aber das bringt nicht wirklich viel. Kupferhai. Segelfisch. Drescherhai. Da verlieren wir zu viel. Okay. Wir nehmen das mit ins Menü. Wir nehmen das auf jeden Fall mit ins Menü, würde ich sagen. Vielleicht an diesem Marlin. Können wir das veredeln? Könnten wir sogar. 494, komm. Können wir es leider nur einmal hinzufügen. Aber das ist, das ist schon mal viel wert. So, jetzt sind wir hier bei 13. Da passt noch ordentlich was rein. Das können wir auch verbessern. Das können wir nicht verbessern. Akami. Ganz ehrlich, wir nehmen davon ein bisschen was. Wir können am nächsten Abend sowieso nicht alles verwerten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier mal 10. Dann haben wir jetzt nämlich insgesamt 23. Und dann machen wir hier noch... Machen wir noch den Segelfisch. Machen wir noch 7 Stück. Sondern dann haben wir insgesamt 17, 18, 30. Das reicht. Los geht's. Leute an eurem Platz. Papa will Umsatz sehen. Er will Umsatz sehen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr müsst auch Essen bestellen. Bestellt mehr Essen. Der Vorteil, wenn man nur ein Gericht hat, ist natürlich... Ein Gericht und dann davon ganz viel. Dass es egal ist, wen man bedient. Kann also auch große Vorteile haben. Okay, wir müssen mal in die Wasabi auffüllen, glaube ich. Komm schon. Du gehst da hinten hin. Rennen, Dave. Rennen. Oh wow, es wäre deutlich mehr drin gewesen. Oder? Hey. 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 Ich habe gerade die Feststelltaste leider kaputt gekriegt, irgendwie. Nice. Ja, das war doch mal kein so schlechter Tag. Wie gesagt, es wäre offenbar ja deutlich mehr drin gewesen. 13.200. Aber wir haben hier deutlich Federn gelassen. Wahrscheinlich, weil wir einfach, wie gesagt, am Ende nur noch diese Maki-Dinger servieren konnten. Und das ist halt nicht das, was wir wollen. Aber jetzt haben wir doch schon mal deutlich... eine deutliche Summe an Geld bekommen. Was ist denn jetzt hier los? Ach, sie. Was suchst du hier um diese Zeit? Wir haben geschlossen. Entschuldige, dass ich so spät komme, aber es ist wichtig. Gehen wir zuerst zum U-Boot. Was ist los, Maki? Es gibt starke Ausschläge in Godzillas Hirnströmen und... Und? Ein weiteres riesiges Objekt kommt auf uns zu. Noch ein Kaiju? Ich bin mir nicht sicher, aber es bewegt sich gerade mit hoher Geschwindigkeit auf Godzilla zu. Ich sollte mal nachsehen. Dave, kommst du mit? Was? Ich? Ja, es ist schwierig, durch das blaue Loch zu navigieren, also brauche ich einen Lotsen. Und? Und? Ach, schon gut. Lass uns zusammen in diesem U-Boot fahren. Bleib hinter mir. Godzilla, was ist los? No. Ich mache mir Sorgen um Godzilla. Warum bist du stehen geblieben? Naja, ich muss dir etwas sagen. Die Sache ist die, dass ich eine Thalassophobie habe. Das ist Angst vor riesigen Dingen, glaube ich, ne? Thalass-o-was? Thalass-o-thalassophobie. Das ist die Angst vor dem tiefen, dunklen Meer. Achso, ich dachte vor großen, riesigen Sachen. Obwohl ich durch Training schon viel besser wurde, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses U-Boot sicher lenken kann. Dave, könntest du das U-Boot für mich steuern? Was, das U-Boot? Ja, das ist gar nicht so kompliziert, fast wie Autofahren. Nur, dass hier ein Maschinengewehr angebracht ist. Ähm, das geht mir ein bisschen zu plötzlich. Mach dir keine Sorgen, ich bin ja bei dir und werde dir Anweisungen geben. Das ist das, was sie sagen wollte vorhin, glaube ich. Also, als sie oben war. Das hat sie sich dann aber verklemmt. Also, sie hat sich nicht getraut, das auszusprechen. So, und wir fahren jetzt das U-Boot? Ich habe deinen Sitz so eingestellt, dass du mehr Platz hast. Bequem so? Ja, das geht leichter als gedacht. Schön zu hören. Jetzt lass uns dort hinfahren, wo Godzilla war. Wo war Godzilla denn nochmal? Oh Gott. Oh Gott. Okay, warte mal. Ups. Ach du Scheiße. Das muss das andere Kaiju sein. Was war das? Das ist Ibera. Ah ja, den kennt man aus der Godzilla-Reihe. Ein hummerartiger Kaiju. Vor langer Zeit hat er mal auf der Insel Litchi gegen Godzilla gekämpft. Vielleicht will er sich jetzt, wo Godzilla so schwach ist, an ihm rächen. Das Ding ist gigantisch und diese Krallen sind auch echt gruselig. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird dieser Kaiju Godzilla in Stücke reißen. Aber ist Godzilla nicht ein böser Kaiju, der ganze Städte zerstört? Nicht immer. Nicht immer Godzilla ist eine Kreatur, die manchmal auch Menschen beschützt. Manchmal sind die Menschen dran. Manchmal geht es gegen einen anderen Kaiju. Das ist alles. Achso, dann zerstört er deshalb nur manchmal ganze Städte. Gut zu wissen. Verstehe. Auf jeden Fall müssen wir Godzilla vor diesem Ibera Kaiju schützen, richtig? Ja, wir müssen zu Godzilla und ihn wecken, bevor Ibera ihn findet. Gut, dann los. Ähm, ich werde jetzt aber... Ah. Ja, ich muss mal eben Pause machen. Kein Moment. So, da bin ich wieder. Wir müssen... Ach, es klingt immer noch danach, als wäre die Scheiß-Einrastung... Ich habe sie ausgeschaltet. Was ist denn das für ein Mist jetzt? Gerade in dieser coolen Szene. Oh nein, Ibera. Fuck. Er hat uns gesehen. Ibera hat unsere Anwesenheit bemerkt. Jetzt ganz vorsichtig, Dave. Sorry, das nervt mich gerade super krass. Fuck. Nein, das ist gar nicht gut. Ah. No way. Oh je, das war echt knapp. Ich glaube, er hat gemerkt, dass wir auf Godzilla zusteuern. Da kommen jetzt ein paar heftige Angriffe auf uns zu. Das überlasse ich dir. Was? Au. Ach du meine Güte. Dadurch. Alter, was ist das für eine krasse Sequenz? Fuckin' Ibera. Da ist Ibera. Äh. Okay, wir haben gerade ein richtiges Problem. Wir sind nur noch auf 22% Hüllenkraft. Wahrscheinlich Hüllenkapazität. Hüllenintegrität. Wir müssen weiter. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ah. Können wir nicht schießen? Die Klofe spürt uns den Weg. Es ist Zeit, das Maschinengewehr abzufeuern. Schaffe die Kralle mit linker Maustaste aus dem Weg. Weg, Ibera. Weg, Ibera. Kuh. Fuck. Ja, neuer Start. Mit den Quicktime-Events bin ich einfach nicht gut. Ich hoffe, es ist wieder Kuh. Ich hoffe, wir sind wieder auf 100%. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich, weil wir vorhin gestorben sind. Nein. Iberas Aktion hat uns den Weg versperrt. Dafür werden wir das Maschinengewehr benutzen müssen. Wir müssen einen Torpedo aktivieren. Äh, ein Torpedo? Ja, damit können wir den versperrten Weg freisprengen. Jetzt. Wie? Ah. Feuer. Ja, der Weg ist frei. Gut, fahren wir da jetzt lang. Willkommen, Godzilla. Wir retten dich. Wir besiegen Ibera gemeinsam. Nein. Oh, nein. Ich wusste es. Auf keinen Fall ist er einfach entkommen. Bei diesem Tempo haben wir keine Wahl. Besiegen wir diesen Kaiju. Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Mit deinen Fertigkeiten als U-Boot-Pilot haben wir eine Chance. Girl, hast du die letzten fünf Minuten verpasst? Es ist an der Zeit, sich dafür zu revanchieren, dass Godzilla uns beschützt. Versuche es mit den Torpedos und dem Maschinengewehr. Ebera. Oh, fuck. Was ist los? Äh, was ist los? Scheiße. Ich habe was verpasst jetzt. Als Soldatin mich dann einfach zurückzulehnen und nichts tun, würde meine Pflichten vernachlässigen. Ich habe letztes Jahr den ersten Platz beim U-Boot-Schnell-Reparatur-Wettbewerb meiner Einheit gewonnen. Fühlt nach einem interessanten Wettbewerb. Wenn das U-Boot beschädigt ist, drücke die rechte Maustaste und ich werde es sofort reparieren. Ja, dann probieren wir mal, ne? Er holt aus. Feuer! Feuer! Tausend Schaden. Uuuh! Feuer! Oh, oh. Uah! Autsch! Repariere! Die Augen sind die Schwachstelle. Gut. Sehr gut. Okay, er scheint sehr wütend zu sein mittlerweile. Repariere! Oh, 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 oh. Ah, Feuer! 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 Kill that witch! Nice. Direkt ins Auge. Ich fürchte, es ist aber kaum tot zu kriegen. Nein! Was tut es? Oh nein, er ist Richtung Oberfläche geflohen. Bewegt er sich in Richtung Land? Die Menschen da oben sind in Gefahr, lass uns zurückkehren. Wie sollen wir das Ding oben aufhalten? Dave, alles okay? Da unten war so ein Gerumpel zu hören. Ja, alles okay ist gut. Naja, da war dieses große Hummermonster, das Godzilla angreifen wollte. Wovon redest du überhaupt? Scheiße. Ibira. Banjo! Nein! Ah, genau davon. Das Ding ist riesig. Er ist auf dem Weg Richtung Banjo-Sushi. Das ist übel, wir können das Ding an der Oberfläche nicht mit dem U-Boot angreifen. Da kommt eine hohe Reparaturrechnung auf uns zu. Godzilla? Der Retter der Menschheit erscheint. Godzilla. Und er ist verdammt wütend. Er lädt seinen Atomic Breath auf. Nein! Wow, das ist Godzilla? Er scheint sich vollständig wohl zu atmen, aber dieser brennende Körper. Es scheint, als würde die Kraft des blauen Lochs Godzillas Energie überladen. Er bewegt sich in Richtung Ibira. Versucht er Ibira aufzuhalten? Godzilla vs. Ibira. Nein! Jetzt konnte ich gar nicht sehen, was ich machen muss. Verteidigen! Und jetzt Prankenhieb! Ha! Das hat sich gegenseitig aufgehoben gerade. Können wir es nochmal machen? Ne. Das hebt sich gegenseitig auf. Ha! Und den hinterher. Nein! Ich mach's nochmal. Oh, er will sich verteidigen. Das war aber zu spät, mein Freund. Ich hab doch verteidigt, Mann. Da steht auf Verteidigen. Verteidigungsposition. Ruah! Komm! Wieso hat das trotzdem Schaden gemacht? Ihr habt doch verteidigt. Aua! Gut. Das stößt sich gegenseitig ab. Flammen Inferno! Das macht halt trotzdem Schaden, ne? QE. Wir können ihn erledigen. Finish! Tja, heute Abend gibt es Ibira-Eintopf. Godzilla hat Ibira besiegt. Ein Kampf zwischen riesigen Kaijus. Wie krass, das mit anzusehen. Und jetzt scheint er davon zu dackeln. Er winkt nicht mal zum Abschied. Ähm, ich meine gut, dass er die, seine Wut an irgendeiner Wolke auslässt. Zum Glück hat Godzilla Ibira besiegt und nur wenig Schaden hinterlassen. Anscheinend hat die Kraft des blauen Lochs auch Godzillas Wunde vollständig geheilt. Und das dank eurer Hilfe. Die G-Force wird Godzillas Bewegung weiterhin überwachen. Es ist nicht viel, aber hier ist ein Geschenk zur Feier der heutigen Schlacht. Ich finde, das wird sich gut auf deinem Boot machen, haha. Na, dann auf Wiedersehen. Ja, und das war der kleine, feine Godzilla DLC. Einfach nur eine kleine Nebenmission sozusagen. Das Spiel ist und bleibt einfach sehr abwechslungsreich. Ja, und damit bricht der nächste Tag an. VIP-Besuch. Godzillas Kopf. Godzilla in der Krise abgeschlossen. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, von denen wir nichts wissen. Das stimmt, wenn man bedenkt, dass sich irgendwo so riesige Kaijus versteckt haben. Naja, ein Glück, dass letztlich alles gut gegangen ist. Hahaha. Übrigens, ich frage mich, ob das Restaurant durch die massive Schockwelle Schaden genommen hat. Du hast recht, ich geh mal nachsehen. Zum Banscho-Sushi-Gehen. Dr. Bacon. Puh, es ist nicht einfach, allein im Tag einen Anzug herzustellen. Aber ich bin ich. Ich habe es geschafft. Oh, das sieht gut aus. Haha, warum gehst du ihn nicht anprobieren? Oh, das steht dir gut. Haha, die Größe passt auch perfekt. Danke, Dr. Bacon. Es fühlt sich warm an, vielleicht weil es aus Stoff aus der Frucht des göttlichen Baumes hergestellt ist. Mit diesem Outfit kannst du dich nicht nur unter Wasser, sondern auch an kalten Orten frei bewegen. Sehr gut, Zeit zum Gletscherbereich. Hinunter zu gehen. Ja. Aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Erforsche den Gletscherbereich. Kälteresistenter Taucheranzug. Du hast einen kälteresistenten Anzug gehalten, der dich vor der kalten Umgebung des Gletscherbereichs schützt. Werte ihn und I-Diver weiter auf, um noch tiefer zu tauchen. Wie geht's, Dave? Alles klar? Du scheinst heute voller Energie zu sein. Ey, Mann, kannst du ganz schnell zu Hühnerfarm kommen? Komm, ich muss dir etwas zeigen. Okay. Hühnerfarm-Aufwertung. Heute ist Party-Tag. Bereite die richtigen Zutaten vor und mache heute ein Vermögen. Okay, also. Ich fasse zusammen. Wir haben heute... Am heutigen Tage oder bei der heutigen Schicht haben wir den VIP da. Warum steht hier I? Haben wir doch, oder nicht? Alter, wir müssen so viel machen, ne? Also wir haben das High-Event. Wir haben den VIP. Oh Mann, wir werden richtig viel Knete machen. Und bei I-Diver haben wir jetzt hier den Kälteresistenten. 800 Meter? Wie tief soll das noch gehen insgesamt? Okay, die Harpune erstmal... Ich will jetzt mal die Harpune aufwerten. Super-Legierungs-Harpun-Kanone. Das ist das Maximum, okay? Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter mit Dave the Diver. Schaltet ein und denkt natürlich immer daran. I want you. For an adventure. Ich will jetzt mal die Harpune aufwerten. 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 Ich will jetzt mal die Harpune aufwerten.